Beutel, mach's gut. Beutel, danke dir fürs Reinschauen. Mach's gut. Tschüssi. Danke lesen. Das scheiß Regal ist leer. Ey, so ein Verbrechen an der Menschheit. Hast du noch Kippen, Pilsen oder so? Nö, ja. Mist, hier sind schon mal keine Scavs. Die spawnen auch hier, glaube ich. Das kann durchaus passieren. Doch, ich denke auch. Weiß ich noch, wo mit Samurai, da ist ja auch, sind die ja auch hier reichlich gespawnt. Ich komm zu dir. Jawoll. Ich bin am Daffelbäck hier. Hinter dem Container. Okay. In den Container war schon noch nicht der ganze, alles gut. Ja, ich hab auch keinen Rucksack mit Benji. Ganz ruhig. Oh, ich hab den Scavs gehört. Ja. Der war doch hinten am Stacheldraht. Ja, der hat gebrüllt. Irgendwas hat ihm nicht gefallen. Ist was von rechts gehört? Ja. Im überdachten Eingang. Im überdachten Eingang. Im überdachten Eingang. Im überdachten Förrücke. Im überdachten Eingang. Okay, Das lockt natürlich Gewenz an. Wir müssten eigentlich zusehen, dass wir dann eine zweite suchen. Können wir gerne machen. Ich bin abflugbereit. Danke, Svenny. Da ist noch einer. Kurz bewegt. Ich habe es gehört. Ich gucke nochmal zu dem Sportsfreund da vorne. Gleich erlebt ist ein blaues Wunder. Da kommt aber ganz schön nah zu mir. Ich habe auch noch etwas von rechts gehört. Eingang. Also Eingang überdacht, ja. Das wird ja, aber das kam von rechts bei mir. Der Richtung sehe, weißt du? Ja. In dem Container, ja. Bist du auf dem Metall? Ja, gut. Okay. Container. Da vorne ist auch wieder einer. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Das war ein bisschen. Oh, oh, oh. Ich habe einen kleinen Schwer, das war mir. So, hat mir einer auf Skeffs geschossen, Benji. Ah ja, ist auch gut. Warte, er kommt. Okay. Also es kann sein, dass ich wirklich zu doof hinten rausgeguckt habe. Ein Stück hinten am Zelt. Da habe ich erstmal Bock wieder auf den anderen. Oh, doof. Da habe ich nochmal einen Priester angefangen. Finde ich fast, sogar ein bisschen besser als den Druiden irgendwie. Ich renne gleich rüber zu meinem Haus, ja? Ja. Da ist ein Skeff? Ja. Oh ja, der rennt ja bei mir vorbei. Oh, ich höre ihn, sehr schön. Au! Er hat aber vorher auf was anderes geschossen, bevor er auf mich geschossen hat. Er ist tot. Er hat auf was anderes geschossen. Hatte ich das Gefühl, er hat erst irgendwie rüber geschossen und dann hat er auf mich angezielt. Aha. Also Richtung Sonjas Haus hat er gezielt. Hatte ich das Gefühl. Die ersten zwei Schüsse. Ich steppe hier oben. Du hast du Hals? Hals-Steps? Ja. Das bin ich. Wollen wir... Ich glaube, jetzt kommt hier keiner mehr. Wollen wir dann Richtung versunkenes Dorf? Mhm. Okay. Wo war er? Der kam vorne an deinem Haus. Also in Richtung von... vom Sniperfelsen irgendwie. Okay. Also aus der Richtung. So kam er angestiefelt. Vorne stiefelt. So. Komm runter. Aber ich bin mir nicht sicher, ob hier in Sonjas Hütte auch noch irgendwas klappert. Oh, da hinten ist ein Skeff. Schalawa. Oh, bitte. Alter, hab ich mir... Dass das da schon hier war? Bis dann bald der Achte sei, ne? Jetzt sind es acht, ja. Ah, cool. Also ich glaube, jetzt habe ich schon vier erschossen worden. Wir können mal schnell gucken. Achso, du brauchst es noch. Zwölf, heule zwölf, ne? Peacekeeping Mission. Acht Stück sind es hier, ja. Warte mal, hier kommt was. Matze, hier kommt was. Was heißt hier? Bei mir an der Garage. Hinter der Garage. Lief gerade irgendwas lang. Okay. Dann versuche ich mal schnellstens rauszukommen. Ich komme mal Richtung Garage, Benji. Ich sehe die Garage. Ich sehe nichts. Wo bist du? Ich bin jetzt im Haus drüben. In deinem? Ich komme mal rein. Ja. So, bin ich. Ich habe schon schon was gehört. Doch, hier, probiert was. Ich bin überall. Ja. Ah, ich renne hin. Was ist der denn? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ja. Bitte. Jetzt ist er in Sonjas Hütter rein. Jetzt ist einer tot. Na ja, dann auch versunkenes Dorf. Brauche ich noch drei Scafs. Versunkenes Dorf und Containerburg sollten ja passen. Denke ich auch. Und wenn ich zur Not dann Scaf boote. Ja genau. Da ist ja auch mal was los. Du sagst es. Hast du auch mal irgendwie schon andere Schlüsse gehört oder sowas? Ganz am Anfang, ja. Aber das ist lange her. Und die waren weit weg. Ich meine, mir soll es recht sein. Da ist keiner da, der uns die Scafs wegballert. Genau. Mal sehen, im Hirn tue ich auch keinen hier. Musst du jetzt auch hier ein bisschen zurückhalten? Ja. Oh doch, da ist was. Gerade zu. Das kann aber auch von drüben sein, vom Bunker. Ja. Das wurde übelst laut, als wenn der hier ins Deckheben hier steht. Ja. Manchmal täuscht das. Immer in weißem Container. Oh, da ist er. So, jetzt brauche ich noch zwei. Oh, Batschki. Steck mal hin. Hier liegt ein Toter. Bin so weit? Ich bin schon drüben am Bunker. Achso. Ich riskiere mal einen Blick. Ja. Sehe und höre nichts. Komm rüber. Mal kurz den Scaf an. Ey, hier war was. Geschlichen. Ah, das war ein Scaf. Hast du den? Ja. Gut. War das jetzt der Letzter? Ne, einer fehlt noch. Achso. Na ja, gut 13 Minuten wird Zeit, dass wir zum Ausgang gehen. Mhm. Nur ein Scaf. Na ja, ich glaube hinten wird sich, im Outscourts wird sich noch ein Scaf. Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon. Du bist hier an etwas vorbeigelaufen, Alter. Was war mit ihm? Wieder Scaf. Ja, glaube auch. Habt ihr den nicht gesehen? Hast du den gesehen? Ja, er hat draus geleuchtet. Achso. Hm. Die Taschenlampe oder was? Ne, so. Der ganze Kerl. Also, ich hab seinen Lied gesehen und... Ich geh mal decken. Hm. Hab ich mich nicht wahrgenommen. Ja. Das hätte dein Tod sein können, junger Badawan. Ey, auch ne Lapscard. Alter, später. Leck mich am Arsch. Wie ist was? Am Zelt? So bist du das. Ne, ich bin das nicht. Ich bin noch unten, Benji. Hab ihn. Sehr gut. Sehr gut. Komm mal hoch, komm mal hoch. Der hat mich richtig zerfickt. Ich muss mich erstmal... Okay, heile dich. So, hätten wir Wutz auch abgehakt, Benji. Super. Kaffee. 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 Das ist übrigens eine gute Idee. Oh ja, so ein Kaffee und eine Kippe. Ja. Ja, das ist gut. Ja. Das kann sein. Möglicherweise. letzte Mal noch ein bisschen. Ja, da auch.